willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans ja ich nehme auf nicht dass ich mir wieder an mundfußig rede zu einer weiteren folge lesbischof grenzen mit mir im thorsten und ihr seht ich habe mal wieder meine volle armee dabei das heißt ich habe jetzt den king mittlerweile auf 65 queen hatte ich ja schon die ganze zeit auf 65 worden auf 39 und ich denke mal wir ziehen im worten heute noch hoch und ihr habt sein bildchen gesehen letzten hammer ich werde den hammer nutzen denn ich habe jetzt nicht ich habe nicht genug elix um den hoch zu machen ich habe auch nichts mehr im pass und habe nach wie vor meine echte verschwenderische armee hier am start einmal den eis golem hier in der mitte ein golem dahinter und wir nehmen die karre ich würde mal sagen wir nehmen die karre die ist schön geschützt hier einmal den pecky und die bowler setzen wir hier jetzt auch mal in die mitte und jetzt kriegen wir schon beschuss vom adler einmal den worten dahinter gesetzt der ist auch was haben wir da haben wir was böses hier da haben wir ja was ganz ganz böses sehe ich gerade und da muss in jedem fall meine queen eigentlich so ein bisschen helfen das wäre ganz schön oder aber es machen die skellys wusste meine queen eigentlich die geht die haben sich da hinten das loch eingebohrt okay dann würde ich sagen wo sind denn meine ganzen ganz viele truppen die sind in der mitte alles klar die sind in der mitte und weil es jetzt ein bisschen beschuss gibt nehme ich jetzt mal die worten zündungen hier und die hinten sollen die noch mal rüber springen das ist glaube ich ganz gut einmal was habe ich denn eigentlich deiner mitte ja wir nehmen noch mal den den wut in der mitte und ich wollte gerade fragen wo ist meine queen meine queen ist hier außen am laufen okay dann muss ich jetzt doch mal zünden hier dass ich die dass ich noch ein paar mehr mehr truppen hier in der base habe und hier hinten muss ich mein mein king jetzt auch zünden da oben ist ja und alt oder waren zwei augen oder waren zwei riesenbomben okay aber sieht noch ganz gut aus der letzte bogenschützenturm fällt zwei bogenschützentürme noch und ein multi entfernen mal sehen ob wir noch so weit kommen ich bin wirklich mal gespannt aber ich bin auch gespannt ich meine ich freue mich natürlich auf meinen worten gar keine frage ich habe das jetzt auch unheimlich lange rausgezögert das lag einfach daran dass ich die ganze zeit während ich eigentlich hier so ein bisschen noch was gemacht habe ich habe nicht wirklich viel gemacht war ich ja bei den anderen clans bei der gml beach party in den clans drin manchmal zwei drei tage oder so ein zwei tage und habe dann eher wenig gemacht habe dann auch wenig wenig aufgenommen und hätte das jetzt schon die ganze zeit machen können ist aber nicht so schlimm ich wollte das in jedem fall mit euch machen denn ihr habt mich die ganze zeit begleitet hier auf dem weg zum max rathaus zwölfer und den haben wir noch mal ganz ordentlich gemacht würde ich sagen 506.000 von beiden und ja wenn ihr die folge sind sind die clanspiele schon vorbei ich musste hier noch so ein paar punkte jetzt mal noch so ein paar punkte nachholen ist schon peinlich wie wenig punkte ich eigentlich gemacht habe und dass mich eben die schicke armee noch mal nachbauen einmal so einmal so und den einen den ziehe ich mir nach vorn weil der als fast fast immer genommen wird genau das gleiche einmal hier und ihr seht das ich habe meinen helden hier auf oder meine helden 65 65 39 und wenn ich jetzt mal auf den worden klicke das ist auch der hammer guckt euch mal die leiste da unten an was ich mit dem worden alles machen kann das ist der hammer info boost boost all boost heroes upgrade upgrade mit dem hammer heal ground und change skin change skin kommt ja jetzt demnächst erst hier gibt es noch kein skin ihr seht das noch sieht er eigentlich relativ normal aus aber es wurde ja glaube ich schon geleakt dass er so ein bisschen anders aussieht vielleicht ist es jetzt auch schon so denn ich nehme ein bisschen verspätet auf hier für euch ich hoffe das ist nicht ganz so schlimm aber ist der hammer wie was 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 man alles mit dem machen kann ein bisschen komisch finde ich es wenn man max helden hat oder max out helden sowie den king hier oder auch meine queen dann kann ich nicht ganz so viel machen ist klar den skin können wir natürlich wechseln hier aber mich wundert so ein bisschen dass mir hier boost heroes noch angeboten wird warum sollte ich jetzt diesen hero boost ich bin gleich mal gespannt wenn ich alle heroes auf max habe ob dann immer noch boost heroes da steht ist auch mal so so ganz interessant zu wissen denn im moment ist es noch unnötig boost all ist in ordnung das ist ja nur ein zeit boost und ich kann ihn natürlich auch sofort auswecken hier wollen wir mal eben anfordern und aber ich würde sagen der worden hier daher ist jetzt gerade noch lebt kann man kann ihn direkt mit dem hammer von hier aus machen oder man kann hier sagen upgrade elix habe ich leider nicht ich muss schon den hammer nutzen aber ich würde ihn gerne mal von hier aus nutzen also mein letzter hat helden haben wir den habe ich mir auch vor gut einer woche geholt denn das kann man glaube ich sehen hier ist noch ein kleiner timer darauf eine stunde neun minuten also vor fast exakt einer woche habe ich mir schon meinen letzten hammer geholt und den habe ich mir für meinen worten aufgespart der geht jetzt auf 40 also alle helden max jetzt bin ich mal gespannt ob da immer noch steht boost heroes zack der grund worden auf level 40 und ihr seht das boost heroes ist weg alles klar ich kann die helden nicht mehr bussen sind sie sind alle max jetzt und somit ist mein dorf wieder komplett max out also alle truppen alle helden alle maschinen alle zauber und ich habe auch wirklich gar nicht mehr so viel zu schaffen hier fünf von fünf baarbeiter 35 mauern mehr sind es nicht mehr und wenn ich jetzt daran denke wir kriegen ja den pass noch ausgezahlt in den nächsten tagen dann 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 geht das schon einiges kann ich euch sagen die perks habe ich hier natürlich voll keine frage 25 mille von beiden und richtig viel dunkles okay irgendwann kommt ja sicherlich rathaus 3 13 aber ich denke mal wir werden mit dieser frischen armee hier noch mal angriff machen 15 minuten die überbrücke ich einfach mal um hier in den laufenden ck rein zu gehen denn ich habe jetzt auch die ganze zeit die cks nicht mehr mitgespielt ich hatte ja meinen king gemacht und den worden gelevelt und dementsprechend war ich jetzt bestimmt schon zwei oder drei wochen hier nicht mehr mit in den klank kriegen ist natürlich sehr schade und ich hätte jetzt in diesen hätte ich mitgehen können da hat man mich vergessen weil ich noch rot war außer gml nicht dass mich da irgendeiner plötzlich in so einen klankrieg mitnimmt oder so und gucken wir mal den martin hier drei sterne zwölf auf zwölf und deswegen hat man mich irgendwie vergessen ich hatte zwar im discord geschrieben gehe ich mit denn da hatte mein worden noch so 19 stunden glaube ich und ich hatte ihren hammer aber ist jetzt nicht so schlimm ich war ja denn bei bei blutspur bzw bei epic mit im klaren habe dort das gml match gestreamt für euch und anders geht es halt manchmal nicht was aber mal anders werden muss ist dass ich die pausentaste hier manchmal manchmal betätigt ist eine tastenkombie ich glaube ich muss sie mal rausnehmen und wir sehen aber hier auch ein meiner angriff haben wir gestern in der folge auch gesehen beim rathaus elf dieses mal rathaus zwölf ich gehe mal ganz kleines stück glaube ich näher für euch rein und killsquat hier mit queen mit glaube ich ein bisschen was dabei da war ein paar walküren dabei elektro drache so ein richtiger ja es war schon ein funnel die queen geht schön in der mitte wird jetzt allerdings gefrostet aber kriegt überhaupt kein oder so gut wie kein beschuss nur die worden statua pickt pickt da so ein bisschen an der queen mehr nicht außen wird schon mal gefangelt und das rathaus ist aktiviert von der queen super gemacht hier denn jetzt ist der weg komplett frei für die miner die brauchen sich jetzt nicht mehr vor der bombe zu fürchten king geht jetzt auf die gegnerische queen und packt das sei in der heilung die ja ich schaffte es nicht ganz er hat seine queen doch noch gerade so folge zündet und kann jetzt noch den adler ausnehmen hier wunderbar meine haben jetzt ein schöne schöne strecke durch die base hier durch ein bisschen es geht eigentlich kein einziger meiner nach außen sind erstmal alle in der base hier drin aber king ist auch noch mit dabei will jetzt durch eine mauer king warum willst du durch eine mauer hier ist ein lager viel viel näher für dich also nicht mal hinter einer mauer ich dachte gerade warum schlicht er da auf die mauer manchmal sind die alten helden auch sehr sehr merkwürdig ich bin mal gespannt ob unser worden gleich eine richtig coole ability hat denn der hat ja noch mal jetzt drauf gelegt von 39 40 seine letzte ability und damit sind die ist die unverwundbarkeit übrigens noch mal von 30 auf 40 um eine sekunde angestiegen also zehn helden level machen nur machen nur eine sekunde bei der worden ability aus aber ich meine es ist eine sekunde das ist jetzt nicht so super viel kann aber sicherlich den ein oder anderen ck vielleicht entscheiden diese eine sekunde ihr wisst wie knapp manche angriffe hier sind da geht es da 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 steht die uhr dann bei einer sekunde oder bei null und du hast noch ein lager das können wir glaube ich alle und die eine fehlende sekunde hier und ich denke mal wenn truppen dann noch mal eine sekunde länger in immunität sind was den schaden angeht dann ist das sicherlich gar nicht mal gar nicht mal so schlecht und ansonsten schlagen sich glaube ich hier unsere jünger ganz gut hellsborn hier das ist elf auf elf auf ja auch auf einem max out ratos elf base aber man sieht das gleich schon auf den ersten blick ohne adler ohne adler da kann man auch noch ein bisschen anders planen denn ja du hast halt dieses ding was die ganze zeit oder sehr sehr häufig sehr sehr lange unter umständen auf deine truppen feuer das hast du hier nicht in der base und dementsprechend geht es jetzt rein durch so ein kompartment außen macht ganz locker der elektro drachen hier stück für stück die defensiven gebäude weg und die toten gebäude hier wird jetzt auch schon die kaserne geräumt von einem magier denn die peckys und auch die bowler die sollen natürlich ein bisschen mit in die base reingehen gehen allerdings jetzt nicht durchs loch sondern sie gehen da durch die ecke leicht nach außen gezogen und jetzt geht es hier mit bets bell also ein pecker bobet angriff geht es jetzt mit den bets bell im back end in diese oder durch diese base durch single inferno ist natürlich nicht schlecht und auch die anderen gebäude ja kein magiertum mehr der letzte magiertum fällt jetzt glaube ich hier unten auf der ecke das ist natürlich super kein einziger flächenschaden die queen hier außen die queen außen macht ja auch keinen flächenschaden und die steht auf ihrer platte die ganze zeit auch nicht schlecht alter falter was für ein angriff einfach mal die queen stehen lassen auch nicht schlecht sonst willst du mal die queen rausnehmen nö die lassen wir einfach mal stehen und der elektro drachen macht macht er da oben die queen jetzt jetzt geht er auf die queen aber der ist auch schon ganz schön angeschlagen kommt ein schuss nicht ganz geschafft okay nicht ganz geschafft und dann dürfen sie mal die fledermäuse glaube ich erleben erlebt na ne da oben ist die pecker dame dame gegen dame zack da war es das mit der königung und schön gemacht die 11 auf 11 cooles teil hier jetzt hast du noch die hat er noch die fledermäuse sogar für's clean up also das natürlich auch immer mal wieder edel und aber ich bin mal gespannt weil der helft von hier hoch geht denn ich glaube der hat auch gar nicht mehr der schon ewig elf der hat auch glaube ich nichts anderes zu tun bzw nichts mehr zu tun hier bei seinem rathaus elfer und wir sind schon sehr sehr viele zwölfer haben es aber leider nicht in die turniere geschafft muss man sagen dafür haben wir dann doch nicht genügend auf einen zeitraum zusammen bekommen aber ist nicht so schlimm ich würde sagen wir machen in jedem fall bei mir jetzt noch einen zweiten angriff mit meinem max helden und neun minuten da hatte ich euch das kurz noch mal und dann bin ich schon in der gegner suche unsere armee ist komplett ich habe hier ein gegner gefunden gegner opfer keine ahnung ich glaube ich kriege mit den eltbeben nicht ganz ganz so viel auf aber die karre müsste eigentlich recht weit fahren hier muss ich mal so sagen dann machen wir das hier hinten mal offen und denn ich kriege nicht alles auf aber mal schauen wie meine gullis hier tapseln ok hexen rein 1 2 3 4 5 6 7 8 ein paar bowler 1 2 1 2 1 2 außen und den rest schicken wir hier in der mitte karre hinterher die karre schön hinter alle truppen ich nehme dann eigentlich ja was nimmt man dann eigentlich immer die queen den worten und dann erst den king denn der king überholt in der regel ja alle soll ich gehe mal ein bisschen mehr rein für euch und dann kann das hier jetzt geballt durchgehen und ja das sieht auch schon mal ganz gut aus ich werde jetzt demnächst erstmal wieder ich denke mal zika truppen bauen denn ich habe jetzt ewig schon nicht mehr an nicht mehr im zika angegriffen habe immer diese bespaßungs armee hier genommen und wo können wir denn die eigentlich noch springen lassen hier kommen leute springt da mal rüber springt da hinten mal rüber und einmal die worten auch hier genommen ja das sieht ganz gut aus das passt so aber der eine entfernt oder der macht dann noch ein bisschen shit da haben meine gullis das nicht ganz geschafft okay der entfernt muss dann noch weg keine frage das muss die queen einfach mal jetzt erledigen king macht den anderen inferno und die queen hat auch gerissen okay die queen hat gerissen die base war jetzt auch nicht wirklich schwer aber die paar mauern die ich jetzt so zu machen habe das ist auch nicht mehr so viel also ich freue mich jetzt dass ich wieder only ck machen kann also es gibt keine ausgehten mehr für mich außer ich habe keine zeit was habe ich denn da ach ich hatte da meine drin auch nicht schlecht sind die schnell okay also ein paar mauern noch und dann jede menge reichlich cks mit diesem account hier freue ich mich auch schon ein ich freue mich auch auf die nächsten sachen die es hier gibt und die jetzt auch kommen die nächsten events die liga geht in ein paar tagen auch wieder los da habe ich mich übrigens noch nie entschlossen was ich machen werde beziehungsweise eigentlich hat man ja immer so ein bisschen im klaren deutschland gekämpft aber ich weiß es noch nicht so genau aber hier geht es auf jeden fall auf einen sind wir auf einem ganz guten weg muss ich mal so sagen wir können die klanburg auch glaube ich mal leer machen dann können wir in jedem fall auch wieder zwei mauern machen da ist ich komme meinem ziel immer näher doch vor rathaus level 13 hier alles max zu haben ich denke mal das auch kein thema hier ist auch ein bisschen mit dem pokies mal hoch kann man ja mal machen und dann haben wir hier noch mal zwei mauern gemacht ja wunderbar ich habe es übrigens auch begriffen leute dass die hütte des bauarbeiters das masterbild das jetzt leider immer in meiner base hier bleibt habe ich begriffen vielen dank für die kommentare was willst du machen ist nicht so schlimm eine hütte mehr wieviel treffer punkte hatten die hütte hier die hütte hat 250 treffer punkte die muss auch erstmal gegner runter ballern also ein defensives gebäude oder sagen wir mal so ein gebäude hier noch mal im hintergrund ich hoffe die folge hat euch gefallen also wir sind die max out ich hoffe ihr seid auch auf dem guten weg max auch zu sein oder ihr seid schon ewig und wartet jetzt nur dass der tote endlich mit seinen letzten mauern hier drüber kommt ich würde sagen wir sehen uns dann am mittwoch wieder abends in den livestream auf tv und bis dahin euer toto bis zum nächsten Mal